Hallo, ich bin's der Matthias. Heute mache ich ein Video von meinen Kronengeckos. Ich habe da eine Familie mit den Elterntieren und zwei Babys. Hier habe ich eines der Babys auf der Hand, schon ganz schön gewachsen. Diese Gecko-Hart ist sehr ansam, nicht so wie die anderen. Es gibt auch die Tokis, die sind recht wild und bissig, aber das kann man von diesen gar nichts sagen. Und schau mal in die Augen dieser Geckos, das ist ja phänomenal. Man kann sogar die Augen mit seiner Zunge wischen und sauber machen. Und das ist schön. Jetzt könnt ihr auch die Kronen oberhalb des Auges sehen. Umlaufend um den ganzen Kopf bis runter zur Wirbelsäule, kleine Zacken. Und daher nennt sich diese Art auch Kronengeckos. Die Heilungstemperaturen tagsüber so 24 bis 25 Grad. Wenn das nicht ganz so warm und bei Nacht kann es auch schon mal runter gehen auf 18 Grad. Macht ihnen gar nichts aus. Gesamtlänge können sie reichen von 20 Zentimeter. Gesamtlänge mit Schwanz. Und Luftfeuchte um die 70 bis 80 Prozent. Füttern tut ihr sie mit Beetle Jelly, Früchtebrei, mit Insekten aller Art, Zephobas, Mehlwürmer, kleine Heimchen, Grillen, kleine Heuschrecken. Das bringen sie alle sehr. Die Lebenserwartung dieser Tiere ist um die zwölf Jahre. Okay, dann lasse ich euch das Video jetzt weiter anschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasse bitte einen Like da. Ansonsten dann See you later. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.